Honey Bunny hat mich erwischt. Ja, genau. Alter, es ist so... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Es ist auf jeden Fall wesentlich besser wie... Wie hieß es noch? Hier ist ja wenigstens ein bisschen noch so richtig Horror drin und so ein bisschen auch Sinn. Weißt du, hier musst du überleben. Tralala. Aber es ist wesentlich interessanter als wie dieses... Oh Gott, wie hieß es denn nochmal? Ich hab's schon vergessen, weil es so schlecht war. Aber für die Leute im Stream, die wissen ja genau, wovon ich rede. Auf YouTube kam es ja nicht, weil es ja echt mies war. Da sind Kerzen, ja. Okay. Ein Playboy Bunny war das nicht? Nee, ich glaub auch nicht. Was haben wir hier? Eine Beinprothese? Wer sieht mich? Die hat gesagt, die sieht mich. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen nach Kerzen Ausschau halten, weil... Ähm... Äh... Kerzen? Ke... Ich brauch ne Kerze. War nicht auf der Brücke ne Kerze vorhin? Ich hab keine Lust, im Dunkeln rumzulatschen. Da leuchtet ne Kerze. Oh Gott. War ne Little Sister. Genau das, was ich auf VR gespielt hab. Genau. Was? Sascha spielt ja auch nicht Hugh Hefner. Hugh Hefner. Oh Gott. Nein. Ähm... Ja, ich bin... Hallo Mädels. Ich bin Hugh Hefner. Ich brauch noch Mädels für meine Playboy-Menschen. Äh... War nicht hier ne Kerze irgendwo? Hääääää... Das werd ich nicht überleben ohne Kerze. Da oben. Da hab ich irgendwas gesehen. Ich versuch da mal hinzukommen. Okay, ich lauf in die richtige Richtung. Vorhin Messer und jetzt die Beinprothese. Worauf läuft das hier aus? Ich weiß nicht. Wie hieß denn nochmal dieses Spiel, was wir da gespielt haben? Ich komm nicht mehr drauf. Ach ja, äh... Weeping Doll. Genau, Weeping Doll. Weeping Doll hieß das. Gruselig. Also es war echt ein Müllspiel. Kann man so sagen. Da ist der Friedhof wieder. Ja, ja. Man muss hier irgendwie Sachen finden. Häh! Man muss hier so Sachen finden. Die halt im Menü angezeigt werden. Das sind so irgendwie so Items, so Collectibles. Haben wir schon zwei Uhr? Ähm. Ich versuch ja so ein bisschen die Augen aus Schau zu halten. So ein bisschen so ein Wegpunkt. Wir haben ja das Haus in den... Was ist denn da hinten? Ich kann dich. Aber hier ist... Hier ist nichts drin. Also hier ist... Hier ist nur ein Ofen. Vielleicht kann ich ihn anmachen. Ein paar Kinder reinstecken. Entschuldigung. Am besten Kinder mit Hasenklamotten. So. Äh. Ich bräuchte eine neue Kerze. Wo ist denn hier? Da leuchtet gerade irgendeine Kerze. Da gehe ich meinen... War hier nicht irgendwo eine Kerze? Ah, hier. Oh, was? Alter! Ernsthaft? Listen for her crying when she's near. Ja, hier die Sachen. Äh. Findings. Ähm. Ich schau mal eben mal Findings mal eben rein. Drawings, Evidence, Collections. Warte mal, Drawings. Was ist das denn? Achso, das sind die Bilder. Achso, okay. Bilder müssen wir auch finden. Dann... Was haben wir hier? Irgendwelche Nachrichten. Ah, okay. Die Hütte haben wir gefunden. Und dann haben wir noch Collections. Achso, die Sachen. Okay. Das gibt's auch noch. Oh Gott. Keine Ahnung. Okay, wir spielen nochmal ein Uhr. Das war die falsche Kerze. Ich glaube auch. So. Ich trinke nochmal einen Schluck. Eieieieiei. Ich überspringe das mal. Kennen wir ja schon. Ein Uhr. Am Morgen. So. Ich versuch mal irgendwie... Gibt's da noch eine andere Taste als wie... Nein, Alter. Okay, X ist Kerze weglegen. Okay, wir können sonst nichts machen. Können uns nicht ducken oder so. Wir können nur rennen. Hier ist der 1Live Babobus. Babobus. Fängt er wieder an zu, wenn wir vorne langlaufen? Ne, diesmal nicht. Ähm... Ich wollte hier nochmal an den Wasserturm gucken, ob wir da vielleicht irgendwie ein Collectible finden. Ah, guck mal an, hier. Ein Kreuz. Und eine Kerze. Wissen wir schon mal. Wissen wir schon mal... Ich versuch nochmal Richtung Friedhof zu gehen. Vielleicht finden wir ja da nochmal... Hier ist nochmal eine Kerze. Die nehmen wir mal mit. Mal eben kurz dran halten. Dann wird es schön warm. So. Ähm. Vielleicht ist er ja auch am Frieden... Hääääh. Okay, die war da gewesen. Kann ich da trotzdem nochmal hin? Da lag irgendwas am Grabstein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich, ähm... Hallo? Kann das sein, dass man da nicht hin darf? Hä? Wieso bin ich... Alter, guck mal. Wir sind jetzt hier. Will die mich verarschen? Wo ist der... Wo ist der Friedhof? Die teleportiert dich einfach irgendwo hin. Das. Ich hab nichts gesagt. Das Spiel ist überhaupt nicht gruselig. Ich hab, äh... Übrigens Gänsehaut. Ich weiß gar nicht warum. Obwohl, so gruselig ist es nicht. Hier laufen irgendwelche Kinder durch den Wald und meinen, meine Kerze ausblasen zu müssen. Äh, okay. Auspusten. Entschuldigung. Ah, guck mal. Das war der... Das war der Totenschädel von Black Ops-Zombie-Modus. Für den... Für den... Alter, ach komm. Für den... Ich wollte gerade sagen, für den Bogen bei Black Ops-Zombie. Aber ich war doch weit weg gewesen. Wie schnell soll ich mich denn umdrehen? Ich hab doch schon die Luxe Sensitie auf volle Bulle. Weil noch schneller umdrehen geht ja nicht. Warte mal. Ich guck mal eben. Controls. Okay. Ich mach mal ganz volle Bulle. Save. Back. Und dann machen wir nochmal. So. Continue. 1 Uhr nachts. Ob wir die Nacht überleben? Ich würd gern mal wissen, ob... Geht das bis 6 Uhr morgens dann? Wahrscheinlich, ne? So wie Joe ist deine Arsch. Hat ich auch. Guck mal. Ich überspring das wieder. Wir nehmen wieder die Kerze auf. Okay. So. Zack. 6 Streichhölzer. Ich leg nochmal los. Hat er denn jetzt die Collectibles dann gespeichert, die wir gefunden hatten? Oder ist das... Warte mal. Wo war denn jetzt ein Collectible? Am Friedhof war eins. Hier war keins. Hier war nur der dämliche Bus. Ähm... Uh, 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 uh. Genau. Hier war doch... Da hier war doch das Kreuz, ne? Ist das Kreuz noch da? Oder hat er das dann gesammelt? Okay. Das Kreuz... Achso. Okay. Das speichert er sich dann. Okay. Die Kerze ist hier auch nicht. Aha. Also ist es immer random, wo die Kerzen stehen. Das ist gut zu wissen. Dein Sche... Hallo? Mhm. Mich würde aber interessieren, ob an dem Friedhof immer noch das steht, was da stand. Was auch immer das sein sollte. Warte mal eben. Oh. Mhm. Hier irgendwo ging es zum Friedhof. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe... Hä? Hier ist Hüte? Das mit dem Stein da gerade, wo ich die Kerze angezündet habe, sah genauso als wie gerade der Weg, wo ich zum Friedhof gelaufen bin. Okay. Ich gehe hier mal weg. Lauf, 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 mein Freund. D-d-dramatische Musik. Und der Bildschirm wird wieder hell. Okay. Ich weiß nicht, wo sie gewesen ist. Ich habe... It's getting darker. Schön. Kannst du das... Schnarch. Alter, Nerv. Willst du mich verarschen? Jetzt brauche ich schon zweimal. Ich würde gerne mal gucken, wo ich eine Kerze... Uah! Ey, das wäre unfair gewesen, wenn ich jetzt da reingelaufen wäre. Ich hätte gerne noch eine Kerze. Da hinten ist noch eine. Ich versuche mal da hinzukommen, ohne dass die uns erwischt. Alter. Die erwischt uns hundertprozentig. Da witte ich mit. Irgendwo war hier eine Kerze. Ich höre jemand laufen. Ich schwöre... Oh, ein Spaß. Da lief gerade jemand. Ich habe andere Schritte. Oh nein. Ich brauche eine Kerze. Ich brauche eine Kerze. Ich brauche eine Kerze. Hör! Alter, hör auf! Fick dich! Spiel! Ich brauche eine scheiß Kerze! Spiel! Da ist eine Kerze da oben. Ich habe es gesehen. Wo ist die... Hier ist die Kerze. Alter, nimm die Kerze. Nimm die scheiß fucking Kerze! Zimm die scheiß Kerze an! Höhööö! Ich meine, hey! Ein Kind mit einer Maske. Toll! Uh! So! Taschenlampe ist Luxus. Ja! Oh, das ist... Ach, Taschenlampe. Da kann jeder. Kerze ist jetzt in... Oh, oh! Was bedeutet denn das Klingeln? Dass ich noch fünf Minuten habe, oder was? Hm. Schön. Vielleicht sollte ich nicht so... ...in der Nähe von den Bäumen laufen, ...damit ich mich schnell umdrehen kann. ...und am besten irgendwo in so einem freien Bereich. Aber es sind ja überall Bäume. Fehlt nur noch... Fehlt nur noch, dass das Easter Egg gleich der Slenderman ist. So. Ach komm, ernsthaft? Jetzt spawnt ich mich wieder irgendwo hin? Ich hab die Tasse zum Rennen im Anschlag. Wo ist denn hier noch eine scheiß Kerze? Uh! Geh weg! Geh weg, Alter! Geh weg! Der Messermann ist auch wieder da. Messerman! Messerman! Ich kann nicht mehr rennen. Da ist eine Kerze. The Candle in the Wind. Yeah, yeah, yeah. Candle in the Wind. Wahrscheinlich sitzt gleich Elton John am Klavier irgendwo im... Wahrscheinlich sitzt gleich Elton John mit dem Klavier einfach mitten im Wald. Und singt Candle in the Wind. Yeah, yeah. Der hat mir wahrscheinlich gerade auch die Kerze ausgeblasen. Gute Nacht, Lesven. Schlaf gut. Danke fürs Dabeisein. So, ähm... Kannst mal vorbei sein? Es reicht so langsam. Oh, 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 oh. Ciao. Ciao. Wo ist noch eine Kerze? Ich brauche eine Kerze. Ich brauche eine Kerze. Wo ist denn hier eine fucking Kerze noch? Oh Gott. Da. Ich sehe sie. Höh! Alter, wie die da gespawnt ist. Willst du mich verarschen? Genau in der Richtung von der Kerze. Ich kann nicht mehr rennen. Jetzt will ich noch mal probieren, zur Kerze zu kommen. Das war so klar. Ich werde die Kerze niemals nicht erreichen. Wo ist die hin? Äh, war hier nicht gerade irgendwo noch eine Kerze am Loch? Ah, hier. Da war gerade noch... Da war gerade ein Hund. Der hat gerade komische Geräusche gemacht. So, als wenn der gequält... So, als wenn der gequält werden würde. Was ist denn immer da der Funkel im Hintergrund? Das Funkel bedeutet, damit du weißt, wo eine Kerze steht. Die du auch sammeln kannst. Höh! Alter. Höh, lauf! Damit du weißt, wo die Kerzen im Wald verteilt sind. Weil du brauchst ja die Kerze, um halt was zu sehen. Und halt so ein bisschen... Oben drauf steht auch eine auf der Brücke. Da, wo sind die? Huh! Na, okay, ich kann nicht springen. Aber auf der... Kommt King Kong gerade vorbei oder ist das der dicke Nachbar? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beides. So. Höh! Höh, lauf! Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Fick dich, Donner. Oder es war der Donner. Fick dich, Donner. Leck mich doch am Sack. Wie soll man da alle Gegenstände finden? Ich weiß es nicht. Ich traue mich ja nur nochmals irgendwie... Aber das ist okay. Wir haben total jemanden gehört. Total. Wie jemand, der schlauert. Sie schlauert, wie ein Muttertrucker. Mhm. Zwei Uhr nachts. Don't wake him. Was? Look away. Schön. Toll. Da bin ich ja mal gespannt, wer jetzt kommt. Survival! Alter, ist doch mal gut. Fick dich, Donner. Leck mich doch am Sack. Es erinnert doch stark an Emily. Ja, aber das hier hat ein bisschen mehr Flair, finde ich. Emily war ja echt nur stupides, äh, Jumpscaring. Jumpscaring. Aber das hier hat ja wenigstens noch ein bisschen... Bisschen Hand und Fuß mit Story und tralala. Kandel in the wind. Darf ich die Kerze anzünden und einfach weggehen? So, ich nehme die Kerze mit und sage tschüss. Tschüss. Ah, guck mal an. Oh. Die sind immer so toll aus, die Maske. Do you think you like it, Mama? Das sieht ja so ein bisschen an wie bei Jason. Okay, ich versuche mal so ein bisschen Ausschau zu halten, ob ich hier was finde oder noch. Großartig. Was war das denn? Ich meine, hey! Da stand irgendwas. Das ist... Alter, und dann kommen wahrscheinlich alle auf einmal. So wie bei Emily. Am Projekt Zero, hm? Ja. Kann auch gut sein.